Was geht jetzt los? Ja genau. Hi! Meine kleine Story ist, ich bin in den Laden eingekommen und neu gestellt Brille zu finden und rein zufällig, Herr Müller hat mich angesprochen, weil einfach vom Gucken, wie ich da gucke, hat er angesprochen, ich meine, ich weiß vielleicht was Sie haben, kommen Sie mal mit. Er hat das gemacht und ich bin überrascht, ich bin total überrascht und super dankbar, weil mir hat er geholfen, ich trage die Brille nur und ich war super skeptisch. Ich habe nicht geglaubt, ich denke, was meinst du mit dieser Winkelfelsichtigkeit, was ist das wohl? Ich bin durch das Leben gut gekommen, ich hatte keine Probleme. Und er hat aufgezählt, die Sachen, die ich haben könnte, nur allein für die Probleme und ich war überrascht, alles war das. Es waren Kopfschmerzen, es waren Migräne, die absolut nicht aufhören und vielleicht durch die Nacht. Es war Schwindel, Übelkeit, schlimme Übelkeit und auch Koordination war schon ein bisschen schlimm. Tinnitus, ich hatte schlimmen Tinnitus und er hat mir gesagt, ich gebe dir Brille, du hast acht Wochen Probezeit, probier mal, wenn du überzeugt bist, dann habe ich recht. Ich war noch eine Woche überzeugt. Ich könnte nicht glauben, meine Probleme, die waren einfach weg. Es ist super, ich bin jetzt super da und war dafür. So, das ist meine kleine Story. Soами wir mal, dass es sehr, sehr bewusst ist und zu klasen dann noch warum es, das ist gut in diesem Zusammenhang ist ganz wichtig. So, jetzt habe ich gesagt, ich victworbe, dass wir Whoever widerziehen. Wenn ich hier sein. Ils ben 어쨌ken, Leute, das waren wir ohnehin. Also, ich schiffe hier habe ich kann mich nicht vom Entre�minieren, Untertitelung des ZDF, 2020